Eins, zwei, drei. Und ich war eine von ihnen. Er sagte mir, es passiert nie wieder. Er entscheidet. Immer. Auch für mich. Er sagt, das war meine Schuld. Das ist Gewalt. Das war meine Schuld. Stück für Stück wurde ich dahingehend manipuliert, all meine Entscheidungen in die Hände meines Ex-Partners zu legen. Erst dann habe ich realisiert, dass die Dinge, die mir damals passiert sind, nie hätten passieren dürfen. Es ist nicht erst Gewalt, wenn du körperliche Verletzungen davon trägst. Es kann verbal, emotional, wenn nicht sogar anonym auf Social Media sein. Betroffenen fällt es oft schwer, das Ganze anderen anzuvertrauen, aus Angst nicht ernst genommen zu werden oder vom Täter bedroht zu werden. Deswegen möchte ich euch dazu ermutigen, dass, wenn ihr sowas mitbekommt oder einen Verdacht habt, die Person darauf anspricht. Und aus diesem Grund bitte ich euch, die Augen offen zu halten und die Webpage www.dasistgewalt.de immer wieder weiterzuleiten. Wir können für Betroffene da sein. Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. Mach du bitte auch mit. RescueSave Budget Wie wird behave visão овор